Können wir auch so Weihnachtsschnee drüber machen und so, weißt du, was hier so runterrieselt und muss hier so ein bisschen vielleicht so Rentiere hier hinten lang fliegen. Können wir sowas? Sehr gut. Nun gut. Hi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und ich möchte dir heute ein Weihnachtsgeschenk machen. Warum möchte ich das? Richtig geraten, heute ist nämlich Weihnachten. Also heute, wo wir das Video aufnehmen, ist logischerweise nicht Weihnachten, weil wir haben es vorher produziert, weil ich bin jetzt gerade bei meiner Freundin, beziehungsweise bei den Eltern meiner Freundin und wir machen Familienfeier und da muss ich sein, weil meine Freundin wünscht sich das und ich mag meine Freundin und deswegen bin ich da. Aber wenn du das Video jetzt guckst, dann ist jetzt Weihnachten und ich möchte dir an Weihnachten was schenken. Aber bevor ich dir sage, was ich dir schenken möchte, noch so kurz ein paar Gedanken dazu, wie ich dazu gekommen bin. Denn Weihnachten ist für mich so die Zeit, um mich erstmal vollzufressen bei meiner Familie. Das ist großartig, aber unabhängig davon arbeite ich zu Weihnachten eigentlich nicht oder nur sehr wenig zumindest und habe dadurch Zeit, mich selbst zu reflektieren. Ich habe natürlich Zeit, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, mit meinen Neffen, mit meinen Nichten, mit meiner Freundin, mit meiner Familie, mit ihrer Familie, mit unseren Familien. Und das ist großartig, manchmal ein bisschen anstrengend und nervig, aber dafür nehme ich mir dann auch wieder Zeit für mich, um mal ein bisschen zu reflektieren. Bin ich dieses Jahr da, wo ich letztes Jahr dachte, dass ich hin möchte? Habe ich das geschafft? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Welche Dinge habe ich noch nicht erreicht? Wo möchte ich mit meinem Leben hin? Und wie will ich dieses Leben überhaupt erreichen? Und ich habe in den letzten Wochen schon super viel darüber gesprochen, weil ich ein neues Programm gemacht habe, das heißt Heldinnenbuch, wo es genau darum geht, solche Sachen zu reflektieren. Bestimmt hast du schon davon gehört, wenn nicht, ist an dieser Stelle jetzt nicht so wichtig, aber ein geiles Programm. Nichtsdestotrotz habe ich für mich mal überlegt, was ist denn das, was mich in meinem Leben so am meisten nach vorne gebracht hat? Sei es jetzt meine Karriere, meine Beziehung, mein Wissen, meine körperliche Gesundheit oder all diese Dinge. Wie habe ich es denn geschafft, meine Ziele umzusetzen? Was war denn der größte Hebel? Und für mich waren es immer die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe. Als ich mich mit Menschen umgeben habe, die Taugenichts waren, bin ich fast selber zu einem Taugenichts geworden. Als ich mich mit faulen Menschen umgeben habe, bin ich selber faul geworden. Als ich angefangen habe, mich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Ziele hatten wie ich, habe ich es auf einmal geschafft, meine Ziele zu erreichen. Und das ist auch das Geschenk, was ich dir machen möchte. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich mit Frauen auszutauschen, die ähnlich sind wie du, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die ähnliche Ziele haben wie du, die dafür sorgen möchten, dass sie glücklichere Beziehungen zu sich und zu anderen finden, dass sie ihren Traummann finden, dass sie eine geile Partnerschaft mit ihm aufbauen und so weiter. Und um dieses Ziel zu erreichen, habe ich ein geiles Weihnachtsgeschenk für dich. Und zwar habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet. Also tatsächlich just in diesem Tag. Heute gründe ich sie, wenn das Video rauskommt, am 24.12. Einfach, um dir die Möglichkeit zu geben, dich mit gleichgesinnten Frauen auszutauschen. Denn ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, dass Frauen, die auf meine Seminare gekommen sind beispielsweise, sich innerhalb dieser Seminare gefunden haben und tatsächlich auch jetzt ein Stück weit ihre Leben gemeinsam bestreiten, sich untereinander austauschen, sich helfen in schwierigen Situationen, sich gegenseitig unterstützen. Und genau so eine Plattform möchte ich bauen, möchte ich bieten über die Facebook-Gruppe. Innerhalb dieser Facebook-Gruppe wirst du Frauen finden, die gleichgesinnte sind, die ähnliche Ziele haben. Du wirst mich da finden, du wirst mein Team dort finden. Wir werden auch Fragen dort beantworten. Wir können natürlich nicht auf jeden Facebook-Beitrag eingehen. Das wird einfach nicht möglich sein. Also da werden wir einfach nicht hinkriegen. Das haut zeitlich nicht hin. Gleichzeitig wirst du aber dort sicherlich immer Frauen finden können, die dir Feedback geben, die dir helfen, die dich wieder aufbauen, dich motivieren, auch in schwierigen Zeiten, weil sie vielleicht Ähnliches schon mal erlebt haben, weil sie vielleicht dir einfach einen guten Rat geben können, weil sie einfach dir zuhören und weil sie gemeinsam mit dir dafür sorgen wollen, dass wir diese Welt zu einem, ja, zu einem Platz machen, zu einem Ort machen, der einfach freundlicher ist, der netter ist, der mit mehr Liebe geprägt ist oder von mehr Liebe geprägt ist. Und du findest den Link zu dieser Facebook-Community unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Tritt dieser Facebook-Community bei. Du wirst sehen, dass niemand, der außerhalb dieser Gruppe ist, sehen kann, was innerhalb der Gruppe geschrieben wird. Und mein Team und ich, wir prüfen auch jede einzelne Frau, die in die Gruppe rein möchte. Klicken wir mal kurz auf das Profil, schauen, ist das irgendwie so ein Spam-Profil? Sieht das aus wie ein realistisches Profil? Man muss auch ein, zwei Fragen beantworten, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Die sind nicht schwer, aber die sorgen einfach dafür, herauszufinden, ob du ein echter Mensch bist oder ob du einfach nur irgendwelche Faxen machen möchtest. Und innerhalb dieser Gruppe werden wir einen wundervollen Austausch haben. Wir werden Rahmenbedingungen setzen, die findest du dann innerhalb der Gruppe, wo es darum geht, dass wir auf Basis von Wertschätzung und Respekt uns persönlich weiterentwickeln wollen, dass wir uns austauschen wollen, dass wir die Welt und unser eigenes Leben zu einem besseren Ort machen wollen. Ich freue mich wirklich, wirklich wahnsinnig darauf, diese Community mit dir gemeinsam zu erschaffen. Wichtig ist dabei der Faktor du, denn ohne dich wird es keine Community. Deswegen klick jetzt unterhalb dieses Videos auf den Link in der Videobeschreibung und da findest du den Link zur Gruppe. Ich freue mich drauf, dich in der Gruppe begrüßen zu dürfen, in der Gruppe mit dir zu arbeiten. Ich werde auch regelmäßig Livestreams machen, werde da Sachen reinposten und so. Das wird eine großartige Geschichte, deswegen solltest du unbedingt dabei sein. Jetzt sind Weihnachtsfeiertage und mal ehrlich, willst du dich echt noch weiter mit deinem langweiligen Onkel darüber erinnern, darüber unterhalten, wie er irgendwann mal in Italien im Urlaub war vor 30 Jahren und das super, super abenteuerlich war, weil das das abenteuerlichste war, was er jemals gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, denn die Geschichte kennst du schon. Stattdessen könntest du etwas tun, was dich in deinem Leben in deinem nächsten Jahr weiterbringt, nämlich meiner Community beizutreten, dich mit tausenden Frauen hoffentlich irgendwann auszutauschen, um ja einfach geileres Leben zu haben am Ende des Tages. Ich meine, was soll ich dir sagen? Wir brauchen ab und zu andere Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen Menschen, die uns Feedback geben, wir brauchen Motivation, um uns gegenseitig am Ball halten zu lassen und genau das wollen wir über diese Community bieten. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wie gesagt, klick einfach hier unter diesem Link in der Videobeschreibung, komm in die Facebook-Gruppe rein, ich freue mich drauf, dich kennenzulernen und bis dahin, genieß deine Weihnachtsfeiertage und alles Gute! Bis zum nächsten Mal!